Hallo ihr Lieben, ich habe diese Woche mit drei MS Neudiagnostizierten gesprochen und wenn du die Diagnose Multiple Sklerose gerade bekommen hast, dann ist das jetzt hier auch eine Zusammenfassung für dich, für die ersten Schritte und Entscheidungen nach der Diagnose, die lebensverändernd sein können. Positiv lebensverändert sein können, denn der Kern aller drei Gespräche und eigentlich auch die Hoffnung, die ich hatte, als ich vor 22 Jahren die Diagnose Multiple Sklerose bekommen habe, war die Hoffnung, dass es einen nicht so hart trifft und die Hoffnung auf einen milden Verlauf. Und das ist, glaube ich, ganz intuitiv und normal und ich muss dir jetzt aber als erfahrene MS-Begleiterin sagen, vergiss die Hoffnung auf einen milden Verlauf. Ich meine, klar, man kann hoffen, aber ganz ehrlich, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Ich rate dir davor, ganz klar deine Hoffnung zu nehmen und in die Tat umzusetzen und damit bleibt es nicht nur die bloße Hoffnung, sondern du tust aktiv etwas, um deine gesundheitliche Zukunft zu beeinflussen. Ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, vor der du stehst. Also jetzt wahrscheinlich, wenn du jetzt gerade erst neu diagnostiziert bist, es wird jetzt ganz, ganz großes Chaos gerade sein. Ängste kommen hoch, wie viel Zeit habe ich noch, um normal zu leben oder auch Verunsicherung. Welche Entscheidung ist jetzt richtig im Gespräch mit deinen Therapeuten, mit deinem Arzt? Welche Therapie, wie gehe ich richtig vor? Es wird erstmal ein riesen Chaos sein und je nachdem, wie du da persönlich gestrickt bist, wird es wahrscheinlich eine sehr überfordernde Situation sein, mit sehr, sehr viel Gefühlschaos. Und ich möchte dir sagen, das ist normal und wirst du nicht hören, aber es ist auch gut so. Versuche diese Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern mit diesen Gefühlen zu arbeiten, auch wenn es jetzt erstmal richtig kacke ist. Schreib dir das auf, was in dir los ist. Ist nur ein Tipp am Rande. Am Ende kann ich dir noch einen ganz klaren Weg aufzeigen, wie du da strukturiert vorgehen kannst. Oft wird einem direkt nach der Diagnose nur ein Weg aufgezeigt. Ein Weg. Du bekommst die Diagnose auf unterschiedliche Weisen, aber letztendlich steht irgendwann ein Arzt vor dir und eröffnet dir, du hast Multiple Sklerose. Und die weiteren Schritte sind dann, wenn es jetzt richtig heftig war, vielleicht eine Reha, aber vor allen Dingen, dass du auf eine Therapie eingestellt wirst, unabhängig davon, ob du das möchtest oder nicht. Um die Erstsymptome, wenn sie dann noch da sind, zu lindern, kriegst du eine Kortison-Therapie und ganz, ganz viel Chaos einfach in dem Leben mit vielleicht auch vielen Nebenwirkungen oder auch, wo man sich ganz alleine fühlt. Und vor allen Dingen alleine gelassen im Umgang damit, dass man jetzt eine unheilbare Krankheit hat. Das ist der Weg eins. Und ich möchte dir hier heute sagen, es gibt auch noch einen Weg zwei. Und diese beiden Wege kann man auch ergänzen, parallel, zwei Parallelspuren laufen. Und damit beeinflusst du aktiv deine Gesundheit. Natürlich hat die Therapie auch Auswirkungen auf die Stabilisierung deines Immunsystems. Das ist Weg eins. Und ich kann dich jetzt gerade in dieser unangenehmen Phase nur dazu einladen, auch diesen zweiten Weg sich mal anzugucken und dir folgende Fragen zu stellen. Und damit beginnt dieser Weg. Ich hatte das schon vorformuliert. Und zwar stellst du dir schlaue Fragen. Und zwar, was kann ich sonst noch tun, um meine Multiple Sklerose stillzuhalten bzw. mein Immunsystem zu stabilisieren? Was kann ich aus meiner Kraft her selbst tun und verändern? Das ist eine sehr, sehr wertvolle Frage. Und schreib sie dir bitte auf und arbeite damit. Sei ehrlich zu dir selbst und deinen eigenen Gefühlen, zu deinem Lebensstil, das, was dich umgibt. Und frag dich ehrlich, was kann ich tun? Und dann aus diesen Ideen, was das alles sein kann, das erzähle ich dir gleich bzw. wie du da hinkommst. Aber je nachdem, vielleicht kriegst du da schon ganz, ganz viele Impulse. Und dann komm ins Tun. Dann setz das um, was dir als Ideen in deinem Rahmen an Möglichkeiten da sind. Und ich würde dir raten, nichts zu überfordern, sondern Schritt für Schritt vorzugehen. Aber komm ins Tun. Mach den ersten kleinen, machbaren Schritt. Und dann wird auch, das ist auch gleichzeitig ein Schritt, um diese Angst besser zu kontrollieren. Denn das Schlimmste ist, in dieser Angst, in der Verstarrung zu halten und das Gefühl zu haben, nichts zu tun, vollkommen in diese Opferposition, in diese Hilflosigkeit reinzugehen. Indem du dich entscheidest, ich ändere was in meinem Leben, kommst du ins Tun und machst aktiv etwas gegen diese Angst und diese Unsicherheit. Das ist ein positiver Nebeneffekt, der halt auch noch dazu kommt. Also hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und je nachdem, was du umsetzt, ob das für dich das Richtige ist, bist du dann einmal, weil du mit deiner Angst und mit der Unsicherheit arbeitest, bringst du dein Immunsystem besser ins Gleichgewicht. Und das, was du auf dem Plan hast, bringst du dein Immunsystem mehr und mehr ins Gleichgewicht, das dann halt neben einer Therapie, wenn du sie denn schon machst oder es vielleicht auch erst mal ohne probieren willst. Wo du bemerkst, ich lebe aktuell ohne Therapie. Ich sage aktuell, weil mein Immunsystem, seitdem ich meine letzte Therapie vor zwölf Jahren, elf Jahren abgesetzt habe, stabil geblieben ist. So. Aber was sind das denn für Überlegungen, die du tun kannst, die in deinem Rahmen sind, die deinen Lebensstil betreffen, deinen Lifestyle, alles das, was dich umgibt? Das sind ganz, ganz viele Sachen. Das ist nicht nur die Entzündungshemmende Ernährung, sondern da gehört noch ganz, ganz viel mehr dazu. Näher gehe ich darauf in meinem Newsletter ein. Schon in der ersten Mail bekommst du da Impulse, gerade was du als neu diagnostizierter unternehmen kannst und da mal reinfühlen kannst, was du alles für dich umsetzen kannst. Wenn dir dieser Impuls geholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Oder wenn du jemanden kennst, der frisch die Diagnose hat, dann leite gerne das Video weiter. Und ja, wenn du derjenige bist, dann melde dich zum Newsletter an. Das ist alles kostenfrei. Und da wird dir eine Welt eröffnet, die einfach neben der schulmedizinischen Herangehensweise dir auch noch offen steht, um einen milden Verlauf ganz klar heraufzubeschwören, wahrscheinlich zu machen und ja, den milden Verlauf in dein Leben zu holen. Die Hoffnung ist es einfach nur, wenn du halt nichts tust und einfach nur deine Therapie machst. Aber das wollen wir ja nicht. Deswegen rate ich dir dazu, mach die Tür auf und schau mal, was da noch so alles ist. Und dazu herzliche Einladung in meinem Newsletter. Den Link findest du unter dem Video. Alles Gute, deine Ilke.